Hallo, herzlich willkommen, zurück zu einer weiteren Folge Arma 3 Altes Life Relife RPG Quatsch, das ist doch gar nicht Relife RPG Es ist ganz normal Altes Life So, wieder mit dabei ist der Sebi, auch genannt Sacks Bugs Tagschen Leute, und da ist wieder euer alter Sack So, wir haben meine letzte Folge hier auf dem Kokainfeld auf dem Plantage aufgehört Und jetzt wollen wir zur Kokain Küche fahren So, das Ganze ist wieder ein Rennen Bei 3 geht's los 1, 2, 3, los Mike liegt in Führung Nicht mehr Okay, Ramm sollten wir uns nicht, falls wir wieder explodieren Ja Dann ist nämlich die ganze Ladung wieder weg Haha, ja Wow, fuck Vater, viele Bäume Nein, mein Auto ist kaputt Ha! Nein, das hat einen kleinen Vorteil Achso, ich weiß nicht, ob wir das noch mit aufgenommen haben Der Treffpunkt ist das Donator HQ, das ist das Ziel Ja Und beim Donator HQ kaufe ich mir nochmal ganz kurz einen Verbandskasten Der Sebi kann sich ja leider nichts kaufen, weil er kein Donator ist Okay Donator wird man nämlich nur, wenn man für den Server eine kleine Summe Geld spendet Das ist das Knotch Genau, das ist mir mal ganz kurz Dann geht's mir mal ganz kurz Und dann geht's mir mal ganz kurz Bis zum nächsten Mal